Und deswegen ist der Bosch GSR18V150C der clevere Bohrschrauber für einzigartige Power und Kontrolle. 13 mm Metallbohrfutter, 25 Drehmomentstufen plus 1, um deinen Freund mit auf die Party zu nehmen. Leistungsstarker 18 Volt bürstenloser Motor basierend auf B-Turbo-Technologie. Doch erst ab einem 5,5 Amperestunden Procore-Akku entfaltet er seine volle Energie. Stabile 550 Umdrehungen pro Minute im ersten und krasse 2200 Umdrehungen pro Minute im zweiten Gang. Also nichts für die 30er Zone. Bosch gibt 84 Newtonmeter im weichen, 100 Newtonmeter im harten und satte 150 Newtonmeter als maximalen Drehmoment an. Ganze 2,78 Kilogramm mit einem Procore 18 Volt Akku, welcher extrem schnellen Arbeitsfortschritt garantiert. Mit der Electronic Angle Detection bohrst du immer im richtigen Winkel. Eine zusätzliche Kickback-Controller ist natürlich auch mit am Start. Sicherheit geht eben vor. Metallbohrfutter und Metallgetriebe ermöglichen eine extrem zuverlässige und robuste Anwendung an jeden Einsatzort. Und als Solo-Variante bekommt ihr den Schrauber aktuell für ungefähr 200 Euro.